Das ist zu blöd. Komm jetzt, jetzt will ich's wirklich wissen. Also ich denke darüber nach, was wäre, wenn nichts hier wirklich gehalten wäre. Vielleicht existieren wir gar nicht. Vielleicht passiert all dies nur in der Fantasie. Ja, oder vielleicht sind wir nur vier Euro in einem Buch und... Ich weiß nicht, wie's mit dir ist, aber ich bin echt kein Zweifel. Die ganzen Glase sind... Wenn ich nicht existieren würde, dann gäbe es doch wohl auch nicht diese komische Erhaltung mit dir. Gutes Argument, Klaus. Also zerbrech dir nicht den Kopf darüber. Gut, ich weiß, was du damit meinst. Klaus. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Ah, 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 ah! Aaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Stirb du Gott! Ich will seinen Kopf! Stirb du Gott! Stirb du Gott! Hurry, pal! Get in the back of the truck! 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 Get in the back of the truck!